Ja? Weil du bumm bist! Willst du dich aufnehmen? Ja. Ach, das wär's mal. Ich hab auch nur unter Rot, ne? Halt auch. Gut. Ich hab grad auf den Haar von dir getrissen. Ich is dir nix. Du bist nn kauchstein, gade. Das boah ist ne ich moll. ich will dich morgen voll kaputt lachen drüber mir kommt's dann geklappt Mirko, komm mal kurz her komm mal kurz her ich will dir was auf meinem Handy zeigen bis dass ich das nicht aufnehmen kann ich nehm was drauf, Mann 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 Mirko, mach mal was Lustiges Emmel, hörst du mal, wie war's? Zeig mal den Finger, ich will den aufnehmen Ist das heiß? Guck mal, die ganze Hand Ach ja, Handy, ne? Der Teppich ist ja nur ein Das ist ja gar nicht zu sehen, Mann Das ist ja gar nicht zu sehen, Mann Guck mal, siehst aus wie ein Engel in dem Blick Oh, wie süß! Das war schwul gewesen, Mann Mir aber nicht Boah, ich hab ihn mir verkein Glaub ich Nein, nur ein normales Auto Mir ist bestimmt halt, oder? Oder? Mir ist bestimmt halt, oder? Ja Mir? Ja Dir ist kalt? Willst du auch mit mir kuscheln? Ich kann doch hier runter Und das nehm ich auch, ey Ja, Handy, das ist alles wegen deiner Hand Meine Hand machen, Alter Ja Ich bin eigentlich gegangen Köln hauen so, Bruder Ja, lauf mal rein am Nieder Nein Das stell ich YouTube, wa? Ja 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 Jetzt stell ich das mal ein Video Nein, ich stell das nirgendwo ein Wie nennen wir das? Weitere Blanken Boyfriends going crazy Boyfriends going crazy? Did you know? I've only friends Blanken friends going crazy Blanken friends going crazy Blanken 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 Mann, der ist dick. Zeig mal. Der ist etwas dicker geworden. Guck mal, vergleich das, versuch das mit einem anderen zu vergleichen. Oh, Wodka, Wodka. Puh, dass er dich nicht mehr kennen kann. Ach, der hat's hier fürs Handy, er versucht gerade zu kontrollieren. Ich glaub, der linke, das ist etwas dicker, aber drückt ihm da hin. Von dir ist links aber der Arm und der ist heile. Das Handy ist ein Doktor. Guck mal, guck mal, kann ich so bewegen können? Das Handy ist ein Krankenhaus, ne? Guck mal, den kannst du bewegen? Also, der hat sich das... Welcher tut... Mirko, jetzt unterscheide mal, welcher mich tut. Wollt's mal mit der Arm noch bestellen, wa? Ja? Der hier. Ich. Der hier. Ah! Du musst ficken? Ja! Also fürs Handy, ne, er kriegt gerade Orgasmus. Ah! Das ist einfach zu geil. Ah! 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 Ja! Naja, zweck deine Mutterliftseule! Was? Ach scrip deinemüt surviving vor시면 du mal mitgehören. Ach, nein, nein! Ja, nein, 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 nein! Ne, nein, nein! Wenn er nicht, dass deinem Pitseule無ikat, wenn er nicht... Mein Leichwager! Gibt's da nicht so lieb von massiv von? Ihr werdet alle im Laufen sind? Egal! Eine mene muh und weg bist du! Das ist voll weh, man! Eine mene muh und weg bist du! So hat er gefehlt! Die Finger aus, die Finger aus, die Finger aus... Aber der Mann, der... Der stört mich ein bisschen, oder? Soll ich dir abstehen? Ja klar, Merkur, mach! Als Tango oder so? Guck mal! Warte, warte! Nein, nicht da runter! Ich geh mal auf! Willst du nicht helfen? Ich hab nichts verstanden, ist doch gut so glaub ich So, bitte sitzen! Auf Bein, zwei Beine oder auf ein Bein? Ja klar! Ich bin weben und bezogen! Solltet ihr ein sonderschön Jungen bekommen... Jetzt schlägt Mirko! Sein Rauscher aus! Sie weiß nicht mehr, ob 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 sie weiß nicht mehr. Kann ich auch schon aufzeichnen? Was? Guck mal! Warte! 1, 1, 2! Bitte einen Kreisenwagen in die Straße, wo ein CR-Automat ist! Und ein Schild und eine Laterne! 1, 2, 1, 2! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3!